...kurz kommen darf und das gilt besonders für diese Athletin, Romina Paoli, eine Italienerin mit ganz besonderem Bezug zur Stadt Baden. Sie lebt in Baden und ist in Baden bei der Fitness Factory auch als Trainerin tätig. Machen sie sich jetzt auf ein wahres Feuerwerk gefasst. Das ist Stimmung! All righty kids, let's go, come on! Fitness Aerobic Athletic Miss Universe Contest WFF And go, come on, go, go, go! Don't keep me waiting! Don't, 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 don't keep me waiting! Oh, wait, I's gonna't wait! Don't keep me waiting! I'm waiting! Don't keep me waiting! Oh, wait! I'm waiting! Yeah! Eten! So, come you waiting! Go, we wait! Hey, einen riesen Applaus, Romina Baiolli! Nicht wenig überraschend, dass diese Performance der Italienerin zur besten Performance des ganzen Abends gewählt wurde. Sie gewinnt natürlich auch ihre Klasse, die sich Fitness Athletic nennt, je nach einmal schön in der Lippe. An den sehr harmonischen Bewegungen zu erkennen. Romina Baiolli stammt vom Tanz und sie hat sich eher die Fitness Teile erst antrennieren und wir müssen die Bewegungen, sie hat fließend und sie hat schön anzuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.